ja machen wir es geht hier nur darum das event zu machen ich gebe euch mal in die seite ich tue das einfach nur einmal im discord posten baptistInnen 23 23 24 so ich habe in Discord unter Games gepostet. Dankeschön. Drei Teile brauchen wir, ne? Hm. Aber wieso... Ah, da unten ist das dritte Teil. Alles klar. Die Frage ist, müssen wir es alle haben? Ansonsten... Wir gehen dann einfach in drei Teams. Einer muss dann mit jemandem mitgehen. Ich mach das schon. Alleine. Das ist gut. Dori mach ready. Ich kann nichts sehen, Klaus. Danke. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Oh mein Gott. Unsere Praktikanten gehen dann zusammen, gut zu fixen und räuscheln. Dann gehe ich das Teil im Curt Yard. So. Ich hoffe halt mal, dass es genug für alle zählt. Jeder muss es anfassen, denke ich. So. 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 Aber mir waren diese blauen Fläschchen. Wo waren diese Blüder? Hä? Was suchst du denn? Ich hab das Teil schon da. Wir haben schon alles. Jetzt heißt es den Geist finden. Aber ihr habt das Lachen oder was das war auch gehört, oder? Ja. Hier in der Kappel ist die Spielbox. Na, die Musikbox. Falls ich noch jemand brauch. Braucht ihr jemand? Ich werde irre im Irrenhaus. Wer hat denn die Geschenke in so ein Bad getan? Na, hab ich mir schon fast gedacht. Der Schneemann gab den Hinweis. Oh, ich hab den Geist gefunden. Der ist dann in dem Raum daneben, den Geschenken. Ich habe den Weg gemacht. Rechts daneben, da liegt schon Zeug drin von mir. Lauf ich überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Unten im Keller. Ist mir jetzt nicht hinterher gelaufen. Ich dachte, du gehst raus. Dann hätte ich was gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Gefriert Temperaturen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Vielen Dank. Bist du da? Dori, du bist gerade der LKW, ich schenke mal kurz das Zertif. Sven 86, Gauss 85 und Dark 80. Ich glaube, der Geist hat vielleicht eine Kamera umgeworfen. Abzusteigen, da sehe ich, dass ich komme hier gerade mit einem Ständer. Du kommst mit einem Ständer, so, so. Schreibt ins Buch. Zum Glück keine Fingerbrücke. Aus. Aber vielleicht kurz gleich. Dämon ist es schon mal nicht. Habt ihr das für den Bräucherwerk schon gemacht? Nee, noch. Nee. Ja. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alles okay bei dir? So, jetzt erst mal raus auf Switch-Post. Ich kann keine 15 Minuten zur selben Zeit machen. Ja, besser ist das. So, jetzt würde ich erst mal mit diesem bösen Säckchen hinaus. Ja, das ist sowieso falsch. Wir haben doch schon alle Teile. Dann weg sind wir. So, hier. Drei haben wir schon von drei. Da war 60% Zähne. Ja, der ist im Keller. Ich habe hier einen Ort drauf. Ein Ort. Ja, da siehst du es. Halt, stopp. Da ist die Tür und dann ist die Ecke dort und oben drüber, dort, über Klaus war es gar nicht. Da schwebt ein Ort. Ja, 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 ja. Klaus, wir haben da ein Ort. Ja, da ist ein Geistdorf. Wunderbar. Schreck meinen Namen sagen. Warte, warte, warte. Jetzt ist er weg. Vielleicht ein Fake? Doch, doch, doch. Kann ein Fake sein. Jetzt ist der Ort wieder weg. Was haben wir denn alles? Wir haben doch zwei Sachen, oder? Wir haben ein Geisterbuch. Buch und Gefrier, ja. Geisterbuch und... Dann ist es ein Revenant. Nein, 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 das wird schon... Doch, da war er gerade wieder. Ähm, der Orb kann kein Fake sein, weil sonst hätte es kein Buch sein können. Weil Mimic... Mimic hat keinen Buch. Dann hätten wir ein Revenant. Gut, ja. Wo zum Fix in der Kamera stimmt. Haben wir keine Fotokameras, die ist man nicht dabei gehabt. Scheinbar. Ich kann nun nie an alles geben. Ja, ist eigentlich schlimm. Ich habe wahrscheinlich keine Kameras mehr da. Wahrscheinlich sind die alle weg, deswegen muss ich kaufen. Ja, hätte man, wie gut ich sagen können, am Anfang der Liste, die voll wäre. Hätte ich ja wenigstens eine raufgekloppt. Ja, ich habe da nicht, ich habe da nicht drauf geachtet. Die Herausforderung hat mich zu sehr drauf fixiert. Einfach los. Oh, come on. ja wir haben ja alles doch wir haben doch ein orb hat und daher halt ins buch geschrieben hat und nämlich nicht auf buch reagiert deswegen haben wir eingetragen und das war mein erster ich habe ein fotoapparat habe ich da ist bei euch Sunny Midos abgehakt so ich hoffe ihr habt die Tanglewood Drive Karte offen alles was da so eingekreist ist müssen wir abschießen ich hoffe ihr habt die Tanglewood Drive Karte offen aber die Karte ist super da sehe ich sogar die ganzen Symbole wo Tarot Karten liegen und so weiter da wollen wir uns irgendwie aufteilen oder einfach drauf los wir können uns gerne aufteilen sorry für vorhin jetzt können wir richtig zack alles klar ich hab doch grad bereit gemacht Dark hat wieder seinen Sticker dran gemacht ja egal wir müssen da einfach drauf los jetzt können wir eigentlich auch wieder Herausforderung spielen zu what the fuck ja ups wie nutzt man die wir können aber nur zwei Sachen dann sonst mitnehmen ne ja komm schon klar brauche ich hier nur die Kamera mal gut ähm ich geh in den Keller ja ach okay du Die machen komische Geräusche. So, der Keller ist leer. Oben? Äh, Kinderzimmer, ja, mal eben, das ist zwei. Gut zu wissen. Noch nie gefunden. Gut zu wissen. Was macht der Schneemann auf dem Duschkopf? Ich weiß nicht, duschen? Heißt du, Wasserflüge, wird doch weg. Hier ist, ähm, die Fluchtgruppe, falls jemand braucht, in der Garage. Das ist dumm. Lol, hier im Bad ist ein Text. Oder ne, in der Abstellkammer ist so ein komischer Text. Den hab ich noch nie gesehen. Ich guck mal, wie viele, wie viele, wie viele wir abgeschossen haben. 7 fehlen noch. Stehen die dann öffentlich rum oder auch in den Schränken? Ich gucke mich. Ich gucke mich, ich gucke mich. Ich gucke mich. Ich gucke mich. Ich habe die Orientierung verloren, was sie alles schon abgeschlossen haben. Ich habe die Orientierung verloren, was ich habe die Orientierung verloren. Ich habe die Orientierung verloren, was ich habe die Orientierung verloren. Ich habe die Orientierung verloren, was ich habe die Orientierung verloren. Ich habe die Orientierung verloren, was ich habe die Orientierung verloren. Ich habe die Orientierung verloren, was ich habe die Orientierung verloren. Ich habe die Orientierung verloren, was ich habe die Orientierung verloren. Ein Schneemann noch. Ich habe die Orientierung verloren, was ich habe die Orientierung verloren. Uns fehlt nur noch ein Schneemann. Ja, das ist das Problem. Suche mal 36 Punkte ab, weil du nicht weißt, wo ein Schaf... Ja, ich hasse das. Joseph Brock ist ein Gespenst, bitte mal bestätigen. Ich habe die Orientierung verloren, was ich habe die Orientierung verloren. Boah, ey, schütz. Ey, schütz. holy shit was war das alter es tut mir leid es ging auf meine kosten was hast du gemacht ich hab den letzten schneemann abgeschossen daraus mutierte ein daraus mutierte ein schneemann mit einer killer zuckerstange und hat dory geholt mit einer krippe bei mir ab Alter, ich dachte schon, was ist das denn jetzt? Oh, sorry, wenn ich grad zu laut war, Alter. Alter Schwede. Alter Schwede. Erst schneidest du bei mir draußen, so als würde da gerade irgendeine Granate oder sowas hochgehen und dann schneidest du so fast nur, weil Klaus irgendwie den letzten Schneemann explodieren lässt oder sowas und gefühlt denke ich mir, der Teufel steht gerade vor der Tür, Alter Schwede, wie gesagt, ich hab nur den, ich schmeiß dich, ne, ich so, guck so, ich so, oh, oh, der letzte Schneemann, wo besuchen sie den alle, da ist er doch, ne, ich schieße drauf, einmal gehe ich so, was ist denn jetzt, der hat ein Zimmer, wo der Geist ist, Alter, das Licht ging einfach mal aus und so, alles, ich habe gar nichts mehr gesehen. Ich hab, wie gesagt, ich hab, ähm, scheiße, aber ich hab nicht fotografiert, ey, ich hatte eine Kamera dabei, ich war wohl so paralysiert, Alter, ich hab keine Kamera dabei, scheiße. Warte, warte noch nicht. Erstmal nimmst du Sanity Dark. Genau, äh, was haben wir alles nochmal? Ich bin jetzt gerade voll durch, ich hab nämlich nur die Geist, äh, die, äh, Schneemänner gesucht. EMF und Dots. Ja, die Dots. Und was sonst? EMF. Ich glaube, ich glaube, es ist die Box, zwar bis jetzt, ich hab da die ganzen Lines gezogen an Salz und er hat die noch nicht genommen, also gehe ich mal davon aus, das ist ein Gespenst. Ach, du hast ja jetzt das Flücht gegangen. Ja. Wieso, du hast ja das Puderzucker da. Guck mal, was ich schon alles gemacht habe, während ihr rumgeschlagen seid, ich hab auch schon Bilder gemacht. Naja, das mit dem am wässrigen Grab war ja nix, aber das war cool. Ja, ich hab, wie gesagt, ich hab nur auf den letzten Schneemann, ich so, ach, guck mal, da ist der letzte Schneemann, ich schieße drauf, aber dem Licht auf einmal sich da so einen riesen mutierten Schneemann mit eine Salzstange, eine Zuckerstange in der Hand und die erste Dori. Lass mich nichts, das war den letzten Schneemann kaputt schießt. Ja, hau ich auch mal auf den ganzen Weg. Kannste machen. Was hast du gesehen? Hier. Was hast du denn gesehen? Das ist Sven kommet in den Wend. Hier, ich habe was gefunden. auch die kartoffel ja kartoffel dann haben wir dots oder ach ja stimmt 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 wir haben eine kartoffel mit dem gesicht weil da keine kartoffel wird gesichten reingebracht hat hat schon jemand fotografiert ja ich gerade war kurva fenn alter kommen rede mit uns wir gehen auf eine person das war nicht perfekt aber ich habe ihn alter wäre cool wenn er immer so wäre der geist ok ok dann rede ich mal mit ihm willst du mit mir reden alter jetzt so dass du mir wahrscheinlich mit dem ball was soll ich denn knipsen hast du ihn nicht erwischt ja ich war nicht schnell jetzt habe ich ihn na komm red mit mir willst du mit mir reden wenn du nicht mit mir reden willst dann tritt wenigstens ins salz ja achtet auf meine sanity bitte komm wir machen es uns gemütlich komm na willst du mit mir reden bist du da bist du da bist du da rede mit mir rede mit mir ich sehe dich du du hummelst hier rein hallo ja bist du da komm komm rede mit mir rede mit mir gib mir ein zeichen gib mir ein zeichen gib mir ein zeichen es war einmal die will ihr kind zurück Die Box will nicht Lass mich mal mit dir reden Hä, es hat noch mehr getötet? Jetzt ist doch die gleiche Leiche Hä? Dori, gespenst. Ja, ja. Habt ihr alle hoffentlich? Jo. Willkommen zurück, ich habe ein paar Jobs für euch vorbereitet. So, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz aufs Klo kommen, gleich zu bedanken. Aber ich muss sagen, das hätte ich jetzt eher weniger gedacht, dass sie jetzt die Geschwänze auch als Weihnachtsmann da verkleiden. Ich finde das mega cool. Bevor er mich getötet hat, hab ich gedacht, echt jetzt? Hab ich ja gehört. Es war Santa Claus mit seiner Route, hat er nicht geholt. Und er hatte eine sehr lange Route. Er hätte mir auch in die Hand drücken können, hätte mich ja nicht in ihm nehmen müssen. Du warst besonders böse hier. Ich bin gleich wieder da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kümmern sich um was? Scheiße. Hm? Ja, bevor wir den letzten Schneemann töten... Töten...